Sie greifen im Stehen mit beiden Händen einen Medizinball. Danach gehen Sie als Auftaktbewegung in die Hocke und versuchen ohne Verharren im Umkehrpunkt der Bewegung bei geradem Rücken durch eine explosive Ganzkörperstreckung den Medizinball so weit wie möglich nach oben zu werfen. Atmen Sie bitte bei der Ganzkörperstreckung aus. Bis zum nächsten Mal.